Wenn man einen Ballon mit Helium füllt, ein Stoff, der leichter als Stickstoff, Sauerstoff und weitere Elemente, die die Luft um ihn enthalten, ist, dann wird der Ballon sofort aufwärts fliegen. Wenn man ihn mit Wasserstoff füllt, einem Stoff, der noch leichter als Helium ist, wird der Ballon noch schneller hochfliegen. Wenn man den Samen der Pusteblume aus der Hand pustet, ein Stoff, der kaum schwerer als die Luft ist, dann wird er davon wehen und irgendwann langsam zu Boden fallen. Und wenn man einen Amboss aus der Hand fallen lässt, etwas, was viel schwerer als die Luft ist, dann wird er schnell und auf direktem Wege zu Boden fallen. Nun, das hat absolut nichts mit Gravitation zu tun. Die Tatsache, dass leichte Dinge hochsteigen und schwere Dinge zu Boden fallen, ist einfach ein Naturgesetz der Schwerkraft. Das ist der große Unterschied zur Gravitation. Gravitation ist eine hypothetische, magnetartige Kraft, die große Massen besitzen und die Isaac Newton brauchte, um ihn bei der Erklärung seiner heliozentrischen Theorie des Universums zu unterstützen. Lady Blount sagt, Die meisten Menschen haben davon gehört oder gelesen, dass Sir Isaac Newtons Theorie der Gravitation von seiner Betrachtung des Falls eines Apfels von einem Baum in seinem Garten stammt. Menschen, die mit einem gesunden Menschenverstand begabt sind, würden sagen, dass der Apfel zu Boden fiel, weil er nun mal schwerer als die umgebende Luft war. Aber wenn sich nun anstatt des Apfels eine flauschige Feder vom Baum gelöst hätte, eine Brise hätte sie wohl weggeweht und die Feder würde nicht auf die Erde niedergehen, bis die umgebende Luft sich so weit beruhigt hat, dass die Feder aufgrund ihrer eigenen Dichte zu Boden fallen würde. Wilbur Voliva, ein berühmter Planetarist im frühen 20. Jahrhundert, gab in ganz Amerika Vorlesungen gegen Newtons Astronomie. Am Anfang seiner Vorlesung betrat er die Bühne mit einem Buch, einem Ballon, einer Feder und einem Ziegelstein und fragte das Publikum, Wie kommt es, dass ein Gesetz der Gravitation einen Ballon nach oben in die Luft ziehen kann, aber keinen Stein? Ich werfe dieses Buch hoch. Warum geht es nicht nach oben? Das Buch ging hoch, weil die Kraft dahinter es dazu zwang und es fiel, weil es schwerer als die Luft ist und das ist der einzige Grund dafür. Ich schneide die Schnur dieses Kinderballons durch. Er steigt, erreicht eine bestimmte Höhe, wo er verweilt. Ich nehme diesen Ziegel und eine Feder. Ich puste die Feder. Da fliegt sie dahin. Letztendlich verweilt sie und kommt herunter. Dieser Ziegel geht so weit nach oben, wie die Kraft ihn dazu bewegt und dann fällt er herunter, weil er schwerer als die Luft ist. Das ist alles. David Wardlaw Scott sagt Jedes Objekt, das schwerer als die Luft ist und das unbeeinflusst ist, hat eine natürliche Neigung, durch sein eigenes Gewicht zu fallen. Newtons berühmter Apfel von Woolthorpe oder jeder andere reife Apfel löst sich an seinem Stiel und, schwerer als die Luft, fällt zwangsläufig zu Boden, vollkommen ungeachtet irgendeiner Anziehung durch die Erde. Denn, wenn es eine solche Anziehung geben würde, warum zieht die Erdanziehung nicht den aufsteigenden Rauch an, der nicht annähernd so schwer ist wie der Apfel? Die Antwort ist einfach, weil der Rauch leichter als die Luft ist und daher nicht fällt, sondern steigt. Gravitation ist nur eine Ausrede, von Newton für seinen Versuch eingesetzt, die Drehung der Erde um die Sonne zu beweisen. Und je schneller sie in die Gruft hinabgesenkt wird, je besser wird es für alle Bürger sein. Thomas Winship sagt, Das Gesetz der Gravitation gilt bei den Vertretern des Newton'schen Systems der Astronomie als die größte Entdeckung der Wissenschaft und als Grundstein der gesamten modernen Astronomie. Wenn daher festgestellt werden kann, dass Gravitation eine reine Theorie und nur eine Vorstellung ist, dass es sie außerhalb der Hirne ihrer Verkünder und Beschützer nicht gibt, dann fällt die ganze Hypothese dieser sogenannten modernen Wissenschaft so flach wie die Oberfläche eines Ozeans und diese genaueste aller Wissenschaften, diese wunderbare Meisterleistung des Geistes, wird dann sofort der lächerlichste Aberglaube und der gigantischste Schwindel, dem Unwissen und Leichtgläubigkeit je ausgesetzt waren. Einsteins Relativitätstheorie und das ganze heliozentrische Modell des Universums hängt an Newtons Gesetz der Gravitation. Heliozentriker behaupten, dass die Sonne der massivste Körper in den Himmeln ist, sogar massiver als die Erde, und daher sind die Erde und andere Planeten dem Gesetz nach in der Gravitation der Sonne gefangen und gezwungen, sie in ewigen Kreisen oder Ellipsen zu umlaufen. Sie behaupten, dass Gravitation es Menschen, Gebäuden, den Meeren und der ganzen Natur irgendwie erlaubt, an der Unterseite ihres Erdballs zu sein, ohne dass sie herunterfallen. Nun, selbst wenn Gravitation existiert, warum würde sie gleichzeitig verursachen, dass Planeten die Sonne umkreisen und Menschen an der Erde haften? Gravitation sollte entweder dafür sorgen, dass Menschen in einer Umlaufbahn um die Erde schweben, oder sie sollte verursachen, dass die Erde von der Sonne angezogen wird und auf sie prallt. Welche Art von Zauber ist Gravitation? Dass sie die Füße der Menschen an die Erde klebt, während sie die Erde selbst dazu bringt, sich in Ellipsen um die Sonne zu drehen. Diese beiden Auswirkungen sind sehr verschieden und doch wird ihnen dieselbe Ursache zugeschrieben. Außerdem kann diese magnetengleiche Anziehung massiver Objekte, die der Gravitation zugeschrieben wird, nirgendwo in der Natur vorgefunden werden. Es gibt kein natürliches Beispiel einer massiven Kugel oder irgendeines massiven Objektes mit anderer Kontur, welches aufgrund ihrer Masse alleine kleinere Objekte dazu bringt, an ihm zu haften oder es zu umkreisen. Es gibt kein Objekt auf der Erde, das massiv genug ist, damit ein Staubknäuel an ihm haftet oder es umkreist. Versuche, einen nassen Tennisball oder irgendein anderes kugelförmiges Objekt mit kleineren Dingen darauf gesetzt zu rotieren und es wird sich zeigen, dass alles herunterfällt oder fliegt und nichts daran haftet oder darum kreist. Die Existenz eines physikalischen Gesetzes, ohne einen einzigen praktischen Nachweis zu erbringen, für sich zu beanspruchen, ist Hörensagen und nicht Wissenschaft. Lady Plowndt und Albert Smith sagen, Dass es Beispiele von sich nähernden Körpern gibt, ist eine Tatsache, aber dass ihre gegenseitige Annäherung durch eine Anziehung oder einen Zugvorgang seitens jener Körper bewirkt wird, ist reine Theorie. Hypothesen dürfen manchmal zulässig sein, aber wenn sie dazu dienen sollen, andere Hypothesen zu untermauern, sind sie nicht nur anzuzweifeln, sondern verächtlich zu machen und zu verwerfen. Die Annahme einer allgemeingültigen Kraft namens Gravitation fußt auf und wurde tatsächlich im Hinblick der Untermauerung einer anderen Annahme erfunden, nämlich, dass die Landmasse und die Meere eine riesige Kugel bilden, die durchs Weltall wirbelt und daher eine oder mehrere Kräfte braucht, um sie auf ihrer irrsinnigen Laufbahn zu führen und so zu leiten, dass sie ihre sogenannte jährliche Umkreisung um die Sonne vollbringen kann. Die Theorie macht die Erde erstmal zu einer Kugel, dann keine vollkommene Kugel, sondern eine an den Polen abgeflachte Kugel, dann noch flacher, bis sie Gefahr lief, so flach wie ein Leib Käse zu werden und schließlich, nachdem im weiteren Verlauf noch kleinere Veränderungen gemacht wurden, wird uns erzählt, dass die Erde birnenförmig ist und dass das Ellipsoid durch ein Apoid ersetzt wurde. Welche Gestalt sie demnächst annehmen wird, können wir nicht sagen, es wird von der Laune und der Fantasie nachdenklicher und scharfsinniger Wissenschaftler abhängen. Wie kommt es, dass Gravitation so stark ist, dass sie die Meere, Gebäude und Menschen an der Unterseite des Erdballs hängen lässt, aber so schwach, dass sie Vögeln, Insekten, Rauch und Ballons lässig erlaubt, ihrer Wirkung ganz zu entgehen? Wie kommt es, dass Gravitation unsere Körper an die Unterseite des Erdballs klammert, aber wir leicht unsere Arme und Beine heben, gehen oder springen können und nicht solch eine ständige hinunterziehende Kraft füllen? Wie kommt es, dass Gravitation Planeten dazu bringt, elliptische Umlaufbahnen um einen einzigen Anziehungspunkt zu drehen? Es liegt in der Natur von Ellipsen, dass sie zwei Zentren benötigen und dass die Wirkung der Gravitation regelmäßig größer werden und sich verringern müsste, um Planeten in gleichmäßiger Umlaufbahn zu halten und um sie daran zu hindern, in einen direkten Kollisionskurs gezogen zu werden. Thomas Winship sagt, Dass der Sonnenlauf am Himmel für nur vier Zeiträume im Jahr ein genauer Kreis ist und dann nur für einige Stunden, an den Tag- und Nachtgleichen und an den Sonnenwänden, widerlegt gänzlich das Hätte-Sein-Können der kreisenden Gravitation und folglich jeder Gravitation. Wenn die Sonne genügend Kraft hätte, die Erde, in ihrer Umlaufbahn am nächsten zur Sonne, auf dieser zu halten, wenn die Erde an dem Teil ihrer elliptischen Bahn, der am weitesten von der Sonne entfernt ist, ankommt, dann würde die Anziehungskraft, sofern nicht erheblich gesteigert, gänzlich unfähig sein, das Abdriften der Erde ins Weltall, in einer endlos geraden Linie, wie die Astronomen sagen würden, zu verhindern. Andererseits ist es ebenso deutlich, dass, wenn die Anziehung der Sonne gerade ausreicht, um die Erde auf ihrer vorgesehenen Bahn zu halten, wenn sie am entferntesten von der Sonne ist und somit um sie am Abdriften ins Weltall zu hindern, dann wäre sie, wenn die Erde am nächsten zur Sonne ist, so viel größer, dass, sofern die Anziehung nicht stark verringert wäre, dass nichts die Erde davon abhalten könnte, auf die Sonne zuzurasen und in ihr aufzugehen, denn es gibt keinen aufwiegenden Anziehungspunkt, um diese Katastrophe zu verhindern. Und da die Astronomie keine Angaben bezüglich der Vergrößerung und Verkleinerung der Anziehungskraft der Sonne, genannt Gravitation, für die obigen notwendigen Zwecke macht, sind wir wieder zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass die große Entdeckung, auf die die Astronomen so stolz sind, nicht existiert. Anne Crossland sagt, Wir werden von den Anhängern von Newton zu dem Glauben angehalten, dass die Wirkung der Gravitation, die wir mit der leichtesten Ausübung der Willenskraft überwinden können, indem wir eine Hand oder einen Fuß heben, so überwältigend stark ist, wenn wir unser Gleichgewicht verlieren und einen Meter weit fallen, dass diese Kraft, welche unter normalen Bedingungen nicht wahrnehmbar ist, uns unter außergewöhnlichen Umständen jeden Knochen im Leib brechen könnte. Gesunder Menschenverstand muss diese Auslegung zurückweisen. Gravitation liefert keine befriedigende Erklärung für dieses beschriebene Schauspiel, wohingegen die Beschreibung der Schwerkraft sie bereits gegeben hat. Ein Körper, der sein Maß an Stabilität sucht, würde genau das erwartete Ergebnis erzeugen. Wenn die Kraft, die uns sicher haftend auf der Erde hält, identisch mit jener wäre, die mächtig genug ist, um einen entfernten Planeten in seiner Laufbahn zu stören, dann sollten wir uns unmittelbarer ihrer herrschenden Präsenz und Macht bewusst sein, wohingegen ihr Einfluss an unserem Ort, wo sie doch so vorherrschend sein müsste, so machtlos ist, dass es eine unüberwindliche Schwierigkeit darstellt, die Vorstellung ihrer Existenz zu akzeptieren. Heliozentriker behaupten, der Erdball drehe sich ständig mit atemberaubenden 1600 kmh an seiner senkrechten Achse oder 30 km pro Sekunde. Und irgendwie können Menschen, Tiere, Gebäude, Meere und andere Dinge an der Oberfläche, an der Unterseite des rotierenden Erdballs haften, ohne abzufallen oder herunterzuschleudern. Fahre jedoch auf dem Teufelsrad in deinem örtlichen Jahrmarkt und stelle fest, je schneller es sich dreht, desto mehr wirst du von der Mitte der Drehung weggedrückt und nicht zu ihr hin. Sogar wenn es die Radialkraft, also nach innen ziehend, der Gravitation geben würde, dann würde die Zentrifugalkraft, also nach außen ziehend, der Gravitation des Erdballs mit angeblichen 30 km pro Sekunde ebenso existieren und muss bewältigt werden. Jedoch konnte keine dieser gegensätzlichen Kräfte außerhalb der Fantasien von heliozentrischen Wissenschaftlern je nachgewiesen werden. David Wardlaw Scott sagt Wir sind nicht wie Fliegen, die durch eine eigenartige Anpassung ihrer Füße auf einem Ball krabbeln können, sondern wir sind menschliche Wesen, die eine gerade Fläche zum Gehen benötigen. Und wie könnten wir, gemäß deiner Theorie, an einer sich mit 30 km pro Sekunde um die Sonne wirbelnde Erde angelegt sein? Das berühmte Gesetz der Gravitation wird nichts nützen, obwohl uns erzählt wird, dass 1 kg Atmosphäre auf jeden Quadratzentimeter unseres Körpers drücken, aber dies erscheint nicht besonders logisch, da es viele Sportler gibt, die fast ihre eigene Körperlänge hochspringen können und die Meile in weniger als 5 Minuten laufen können, was sie keinesfalls tun könnten, wenn sie derart beeinträchtigt wären. Anne Crossland sagt Von der Anziehungskraft der Gravitation wird gesagt, dass sie stärker an der Erdoberfläche wirkt als in einiger Entfernung von ihr. Ist das so? Wenn ich senkrecht mit all meiner Kraft hochspringe, kann ich nicht mehr als 1,20 m vom Boden abheben. Aber wenn ich in einem Bogen mit einer kurzen Flugbahn springe und unter der Höhe von 90 cm bleibe, könnte ich in einem Satz eine Strecke von 5,50 m schaffen, sodass ich praktisch die sogenannte Kraft, also Ziehen, von einer Entfernung von 1,20 m in einer Größenordnung 5,5 zu 1,2 überwinden kann, was mich zu dem genauen Gegenteil von dem macht, was ich laut Newtons Theorie in der Lage bin zu tun. Newton theoretisierte auch, und das wird nun allgemein erzählt, dass die Meeresgezeiten der Erde durch die gravitative Anziehungskraft des Mondes verursacht werden. Wenn der Mond jedoch nur 3.474 km im Durchmesser misst und die Erde 12.874 km, dann schließt man unter Verwendung ihrer eigenen Berechnung und Gesetze, dass die Erde das 87-fache massivere und damit größere Objekt ist und das kleinere anziehen sollte und nicht umgekehrt. Wenn es die größere Gravitation der Erde ist, die den Mond in seiner Umlaufbahn hält, ist es für die geringere Gravitation des Mondes unmöglich, die Erde an deren Meeresspiegel zu verdrängen, wo ihre größere gravitative Anziehung sogar weiter die des Mondes übertrumpfen würde. Übrigens sind die Geschwindigkeit und die Bahn des Mondes einheitlich und sollten daher eine einheitliche Wirkung auf die Gezeiten der Erde ausüben, während in Wirklichkeit die Gezeiten stark schwanken. Außerdem, wenn die Gezeiten der Ozeane durch die Mondanziehung geschehen, wie entziehen sich dann Seen, Teiche, Pfützen und andere kleinere stehende Wasseransammlungen dem Zugriff des Mondes, während die riesigen Meere so beeinflusst werden. Thomas Winship sagt, wenn der Mond das Wasser hochziehen würde, dann würde das Wasser, das sich nahe des Landes befindet, weggezogen und niedrig sein, anstatt eine Flut zu verursachen. Nochmal, die Geschwindigkeit und die Bahn des Mondes sind einheitlich und daraus folgt, dass wenn er einen Einfluss auf die Erde ausübt, dieser Einfluss nur einheitlich sein kann. Aber die Gezeiten sind nicht einheitlich. Beim Port Nadal sind Ebbe und Flut 1,80 Meter, während in Bayra, 1000 Kilometer die Küste hoch, Ebbe und Flut 8 Meter sind. Dies klärt wirksam, dass der Mond keinen Einfluss auf die Gezeiten hat. Gezeiten werden durch den sanften und allmählichen Anstieg und Fall der Erde an dem Schoß der mächtigen Tiefe verursacht. In Binnenmeeren gibt es keine Gezeiten, was ebenso belegt, dass der Mond weder die Erde noch das Wasser anziehen kann, um Gezeiten zu verursachen. Aber die Tatsache, dass sich das Becken des Sees auf der Erde befindet, die auf den Wassern der Tiefe ruht, zeigt, dass keine Gezeiten möglich sind, da die Wasser der Seen zusammen mit der Erde ansteigen und sinken und dadurch die Gezeiten an der Küste verursacht werden, während es keine Gezeiten an Gewässern gibt, die nicht mit dem Meer verbunden sind. Dr. Samuel Robotham sagt, es ist erwiesen, dass das Ausmaß der Anziehung mit der Annäherung ansteigt und umgekehrt. Wie kommt es dann, dass, wenn die Gewässer vom Mond aus ihrem Bett hochgezogen werden und weg von der Erdanziehung, welche auf dieser größeren Entfernung von der Mitte erheblich vermindert ist, während die des Mondes proportional gestiegen ist, es möglich ist, dass all die gezogenen Gewässer daran gehindert werden, die Erde zu verlassen und zum Mond zu fliegen. Wenn der Mond Anziehungskraft genug hat, um überhaupt die Gewässer der Erde anzuheben, sogar den kleinsten Tropfen von ihren tiefsten Behältern, dort wo die Erdanziehung viel größer ist, dann gibt es bei der Theorie der Anziehung durch Gravitation nichts, um ihn daran zu hindern, sich selbst all das Wasser, das er beeinflusst hat, zu nehmen. Lass den kleinen Körper einmal die Kraft des Größeren überwinden und die Kraft des Kleineren wird größer, als wenn sie zuerst ausgeübt wurde, weil die auf sie eingewirkte Masse näher zu ihr ist. Nähe ist größer und somit ist die Kraft größer. Wie kann denn das Wasser des Meeres unmittelbar unterhalb des Mondes zu den Küsten hinströmen und so eine Flut verursachen? Sie sagen, Wasser strömt durch das Gesetz der Gravitation oder Anziehung der Erdmitte. Ist es denn für den Mond einmal die Anziehungskraft der Erde überwunden, möglich, seinen Griff vom Wasser durch eine Kraft zu lösen, die er doch besiegt hat und die daher geringer ist als die seinige? Die obige und andere Schwierigkeiten, die es im Zusammenhang mit der Erklärung der Gezeiten gibt, die das System von Newton erfordert, haben viele dazu geführt, einschließlich Sir Isaac Newton selber, dass solch eine Erklärung der am wenigsten befriedigende Anteil der Gravitationstheorie ist. Daher werden wir durch die reine Beweiskraft zu der Schlussfolgerung gedrängt, dass die Gezeiten des Meeres nicht vom Anstieg der Anziehung des Mondes herrühren, sondern einfach vom Steigen und Fallen der treibenden Erde in den Gewässern der großen Tiefe. Die Ruhe, welche man am Grund der großen Meere vorgefunden hat, könnte nicht möglich sein, wenn die Gewässer abwechselnd vom Mond hochgezogen und von der Erde heruntergezogen würden. David Wardlaw Scott sagt, sogar Sir Isaac Newton selber gab zu, dass die Erklärung der Wirkung des Mondes auf die Gezeiten der am wenigsten befriedigende Anteil seiner Theorie der Gravitation war. Diese Theorie behauptet, dass das größere Objekt das kleinere anzieht und da die Masse des Mondes nur als ein Achtel zu der der Erde wäre, folgt daraus, wenn durch die vermutete Kraft der Gravitation die Erde um die Sonne kreist, sollte vielmehr aus derselben Ursache der Mond dasselbe tun, anstatt dass dieser eigensinnige Himmelskörper immer noch um unsere Welt kreist. Die Gezeiten variieren stark in ihrer Höhe, hauptsächlich dank der verschiedenen Gestalt des angrenzenden Landes. Bei Chapstow steigt sie 18 Meter, bei Portishead bis 15 Meter, während sie in der Dubliner Bucht bis zu 4 Meter und bei Waxford nur 1,5 Meter steigt. Dass die Erde selbst eine kleine Zitterbewegung aufweist, mag man an der Bewegung der Blase in der Libelle der Wasserwaage sehen, selbst wenn sie so sorgfältig wie möglich aufliegt und dass das Meer eine Bewegung hat, mag man an dem Schwanken des ankernden Schiffes am ruhigsten Sommertag sehen. Was auf die Gezeiten so regelmäßig einwirkt, wird bis zum jetzigen Zeitpunkt nur vermutet. Möglicherweise ist es der atmosphärische Druck auf die Gewässer der großen Tiefe oder vielleicht beeinflusst der Mond selber, wie später durch Dr. Robotham vermutet, die Atmosphäre, vergrößert oder verkleinert ihren Atmosphärendruck und indirekt den Anstieg und Fall der Erde in den Meeren. Dr. Samuel Robotham sagt, der Tatsache bewusst, dass es einen ständigen Atmosphärendruck auf die Erde gibt und gesellt man die Tatsache dazu, dass die Erde eine riesige Fläche ausgedehnt auf den Gewässern ist, dann zeigt sich, dass sie zwangsläufig leicht strömen muss oder langsam im Wasser steigt und fällt. Da durch die Wirkung der Atmosphäre die Erde langsam niedergedrückt wird, bewegt sich das Wasser zu der weichenden Küste und erzeugt die Flut. Und wenn durch die Reaktion des widerstrebenden Meereselements die Erde allmählich steigt, geht das Wasser zurück und erzeugt die Ebbe. Dies ist der Hauptgrund der Gezeiten. Welche Besonderheiten auch immer zu beobachten sind, man mag sie auf die Reaktion der Kanäle, Buchten, Landzungen und andere örtliche Ursachen zurückführen. Dass die Erde eine bebende oder zitternde Bewegung aufweist, so wie sie zwangsläufig zu einem schwebenden und schwankenden Aufbau gehört, ist reichlich durch die Erfahrung von Astronomen und Vermessern bewiesen. Wenn eine empfindliche Wasserwaage an einem Stein oder an dem großmöglichst festen Grundstein angebracht ist, wird man das sehr seltene Phänomen des ständigen Wechsels der Position der Blase in der Libelle beobachten können. Eine ähnliche Wirkung wurde in den astronomischen Observatorien festgestellt, in denen Instrumente der besten Bauweise und in den zuverlässigsten Stellungen nicht immer von einer gelegentlichen Nachjustierung gefeit sind. In den letzten paar Jahrzehnten hat die NASA Videos von in niedriger Erdumlaufbahn befindlichen Astronauten veröffentlicht, die vollkommene Schwerelosigkeit oder Zero Gravity erleben. Wie ist diese schwerelose Wirkung erzielt, wenn es die Gravitation nicht gibt? Wie sich herausstellte, hat die NASA zusammen mit Boeing in den letzten Jahrzehnten die sogenannten Zero-G-Flugzeuge und Zero-G-Manöver, die in der Lage sind, Schwerelosigkeit in irgendeiner Höhe zu erzeugen, vervollkommnet. An Bord umgebauter Boeing 727 vollführen speziell ausgebildete Piloten als Parabelflüge bekannte Luftmanöver. Flugzeuge steigen durch die Verwendung der Antriebsschubkraft und des Höhenruderbedienelements mit einem Kipp- oder Nickwinkel von 45 Grad auf. Wenn die maximale Höhe erreicht wird, wird das Flugzeug mit Höchstgeschwindigkeit auf Sturzflug gelenkt. Der Zeitraum der Schwerelosigkeit fängt mit dem Aufstieg an und dauert den ganzen Weg hoch und über die Parabolkurve bis zum Erreichen eines unteren Kippwinkels von 30 Grad, bei dessen Punkt das Manöver wiederholt wird. Daher kann sämtliches Bildmaterial der NASA-Astronauten an Bord von Space Shuttles oder der Internationalen Raumstation leicht an Bord von Zero-G-Flugzeugen in der Erdatmosphäre nachgestellt und geschwindelt werden. Tatsächlich kann man zwischen dem Bildmaterial von Zero-G-Flugzeugen und dem Bildmaterial der NASA mit ihren auf Space Shuttles und Raumstationen herumschwebenden Astronauten keinen sichtbaren Unterschied erkennen. Astronomen behaupten, sie haben sämtliche Entfernungen, Gestalten, Himmelskörper, Umlaufbahnen, Gewichte, relative Positionen und Umdrehungszeiten anhand des Gesetzes der Gravitation festgestellt und ohne Gravitation klappt ihre eigene Kosmologie unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Ohne die Gravitation können Leute nicht kopfüber auf einem Erdball stehen. Ohne Gravitation können sich die Erde und die Planeten nicht um die Sonne drehen. Ohne Newtons Gravitation, Einsteins Relativität, Kopernikus heliozentrik und dem ganzen Urknall kann es den Erdballmythos nicht geben und er fällt zusammen. Gravitation, metaphorisch und buchstäblich, ist nicht wasserdicht, nicht als eine solide Theorie der Kosmologie und nicht als ein Gesetz, das angeblich die Ozeane auf der Erde einbehalten kann. William Carpenter sagt, die Erfahrung des Menschen lehrt ihn, dass er nicht dazu gemacht wurde, mit so viel Sicherheit wie die Fliegen an der Decke eines Zimmers leben und gehen zu können wie auf dem Boden. Und da die moderne Theorie einer planetaren Erde eine Menge Theorien benötigt, um ihr Gesellschaft zu leisten, und eine von ihnen die ist, dass die Menschen durch eine Kraft an die Erde gebunden sind, die sie wie Nadeln um einen Kugelmagneten an sie festhält, eine Theorie vollkommen ungeheuerlich und entgegen aller menschlichen Erfahrung, schließt man daraus, wenn wir nicht den gesunden Menschenverstand mit Füßen treten und die Lehren unserer Erfahrung außer Acht lassen, dass wir einen erwiesenen Beweis haben, dass die Erde keine Kugel ist. Wenn wir, nachdem unser Geist einmal offen für das Licht der Wahrheit ist, uns einen kugelförmigen Körper vorstellen können, auf dem menschliche Wesen leben könnten, die Kraft, wie auch immer man sie nennen mag, die sie auf ihm halten würde, muss dann notwendigerweise so heftig und überwältigend sein, dass sie nicht leben könnten. Das Wasser der Meere müsste eine feste Masse sein, denn eine Bewegung wäre unmöglich. Aber uns gibt es nicht nur, wir leben und bewegen uns. Und das Wasser des Meeres hüpft und tanzt wie pures Leben und Schönheit. Das ist ein Beweis, dass die Erde keine Kugel ist. Gerard Hickson sagt, Vor fast 100 Jahren hat Kepler angenommen, dass eine Art unbekannter Kraft die Erde und die Himmelskörper an ihrem Platz hält. Und nun hat Sir Isaac Newton, der größte Mathematiker seines Zeitalters, die Idee aufgegriffen und das Gesetz der Gravitation erstellt. Der Name ist vom lateinischen Wort gravis abgeleitet, was schwer Gewicht haben bedeutet, während das Gesetz der Gravitation folgendermaßen definiert wird. Zitat Die gegenseitige Bewegung, bei der jeder Massepunkt auf jeden anderen Massepunkt mit einer anziehenden Gravitationskraft einwirkt. Diese Gravitationskraft ist in ihrer Stärke proportional zum Produkt der beiden Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. Zitat Ende Um es kurz zu fassen, Gravitation gilt als das, was jeden Gegenstand zu jedem anderen Gegenstand anzieht. Das sagt uns nicht viel, und doch sagt uns das Wenige das Unwahre. Denn ein gewissenhafter Beobachter weiß sehr wohl, dass jeder Gegenstand nicht von jedem anderen angezogen wird. Die Definition deutet an, dass sie eine Kraft ist. Aber das ist nicht ihre Aussage, denn die Bezeichnung gegenseitige Bewegung ist mehrdeutig und ganz und gar nicht überzeugend. Gabriel Henriette sagt, Das System der Gravitation, das die Sonne zum bewegenden Mittelpunkt des Universums macht und heikle Grundsätze hat, die alles andere als eindeutig sind, da sie unsichtbare Begebenheiten anwenden, die nicht nachgeprüft werden können, ist hier durch das alte geozentrische System ersetzt, allgemein seit dem 17. Jahrhundert hinsichtlich seiner unanfechtbaren Offensichtlichkeit anerkannt und in welchem die Erde in einem Zustand der Starre und von sichtbar sie umkreisenden Wandelsternen einschließlich der Sonne im Mittelpunkt unseres Universums ist. Diese zwei Fakten, die fast alles erklären, sind erstens das eindeutige Vorhandensein einer festen Kuppel über der Erde, die den Himmel darstellt, und zweitens die nicht materielle Eigenschaft der Planeten und Sternbilder, welche keine physischen Massen sind, sondern bloß leuchtende Erscheinungsformen ohne Substanz. Diese sind zwei Begebenheiten, welche heute zu einer gründlichen Umwandlung der Astronomie führen. Professor Bernstein sagt, Die Theorie, dass Bewegungen durch materielle Anziehung verursacht werden, ist unsinnig. Solch eine Kraft der bloßen Masse zuzuschreiben, welche von Natur her passiv ist, ist eine höchste Täuschung. Es ist eine nette und einfache Theorie, um den Geist von irgendjemand zu befrieden, aber wenn sie einem praktischen Test unterzogen wird, fällt sie in Stücke und wird dem gesunden Menschenverstand und der Urteilsfähigkeit zu einer der lächerlichsten Theorien.